Na, mein Spatz, wie war es denn in der Kita? Hi, naja, nee, es geht so. War ganz okay, Mama, wie immer. Nicht gut? Doch, aber keine Ahnung. Julian, was ist denn los? Ich weiß nicht, Mama. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Wo ist denn Hannah? Die ist drüben im Wohnzimmer. Hey, Hannah, na? Gibt es schon was Neues von Julius? Julian, ich schaue ständig meine E-Mails nach, aber es ist noch nichts gekommen. Weder von ihm, noch von irgendjemand anderem. Keine Hinweise. Tut mir leid, Julian. Irgendwie ist unsere Suche erfolglos. Aber vielleicht müssen wir einfach geduldig sein. Vielleicht sehen wir ihn einfach nochmal irgendwo auf dem Spielplatz oder so wieder. Ja, okay. Naja, gut. Ich gehe dann in mein Zimmer, Hannah. Oh Mann, Julian ist echt frustriert, der Arme. Oh Mann, ey, das ist echt doof. Ich habe gehofft, dass wir Julius finden, aber jetzt kann man ihn auch nicht finden. Oh Mann, ey, das ist alles so frustrierend. Das neue Minecraft-Bad kann mich sogar nicht aufmuntern. Heute ist ein blöder Tag. Vielleicht, vielleicht versuche ich es mit ein bisschen Musik. Das kann ja vielleicht helfen. Ach nein, hilft auch nicht. Blödes Teil. Keine Lust jetzt, Musik zu spielen hier. Julian, was ist los? Warum machst du so einen Krach? Und warum liegt das Sylofon auf dem Boden? Alles ist so blöd, Emma. Alles ist blöd. Das ist eigentlich traurig, Julian. Ich habe ganz gute Sachen heute gemacht. Ja, was denn zum Beispiel? Ich war mit Mama im Einkaufszentrum und rate mal, wer auch da war. Wie? Ich habe Julius, deinen Bruder, gefunden. Jetzt wirklich? Das ist ja super, Emma. Toll. Und wie hast du das gemacht? Der war im Einkaufszentrum und da habe ich ihn gesehen und mit seinem Papa. Und dann habe ich ihn ganz schnell, als Mama nicht geguckt hat, gesagt, wo wir wohnen und dass er heute vorbeikommen soll. Geht's ehrlich? Das ist ja super, Emma. Klasse. Dass er vorbeikommen soll. Emma, Emma, du bist einfach die Beste. Komm, wir müssen das Hannah erzählen. Komm. Ja, Hannah. Hannah, wir haben tolle Neuigkeiten. Emma, Emma, willst du es ihr sagen? Ja, ich habe Julius gefunden. Ja. Super, Emma. Das ist ja kaum zu fassen. Super, Emma. Oh, Julian, ich freue mich so für dich. Ja, das ist echt toll. Und Emma hat ihn sogar eingeladen. Der kommt gleich hier hin. Oh, echt? Mama, Mama, ich bekomme gleich Besuch. Ist das in Ordnung? Gar kein Problem, Julian. Wer kommt denn? Wirst du noch kennenlernen? Okay, ich bin gespannt. Yeah, Julius kommt. Julius kommt vorbei. Julius kommt vorbei. Und das ist super. Oh, oh, es hat geklingelt. Es hat geklingelt. Das muss Julius sein. Julius, ich komme. Julius. Ach man, ich wollte doch aufmachen. Julian, Julius ist schon da. Für meinen Zwillingsbruder. Hey, Julius. Ich freue mich echt, dass du da bist. Hi, Julian. Schade, dass wir uns nach dem Spielplatz nicht mehr gesehen haben. Ich habe dich gesucht, ey. Aber warum? Warum wohl? Weil wir Zwillinge sind. Hannah, schau doch mal. Zwillinge? Ihr seht euch wirklich total ähnlich. Komm, Julius. Du musst meine Mutter kennenlernen. Ich meine natürlich unsere Mutter. Komm. Mama, das ist der Julius. Oh, hallo, Julius. Hallo. Julius? Das muss der Zwillingsbruder sein, von dem Julian immer erzählt. Die sehen sich wirklich unheimlich ähnlich. Mann, oh Mann.